Geht schon? Schäber ausschneiden Da hat er da mehr der Späste Da geht's Da geht's Komm herr Rene, jetzt ist es besser versammt. Was ist passiert? Er hat den Schäum hin. Ich sehe nichts. Da Rene, da sehen wir. Wie schaust du aus? Wo ist der Keller? Ja. Die Keller haben gesagt, dass sie das Gokert machen können. Super, jetzt können wir die nicht besuchten. Cool. Komm, Sie können Sie schon lassen. Ja. Du hast es gehört. Du hast es gehört? Wie es wurscht, weiß das so. Das schaut so cool aus. Was brauchen wir da jetzt? Stellemesser oder so? Ja, so ein Stellemesser oder Staubauer oder irgendwas. Staubauer, ja. Cooler, ja.